Hallo, mein Name ist Sascha Peppke von Lindemateriel Handling in Österreich. Ich stelle Ihnen heute in zwei Minuten unseren elektrischen Niederhubwagen MT15 vor. Eine Produktbeschreibung finden Sie wie immer rechts oben im Videolink. Der Elektro-Handkabelhubwagen MT15 weist ein kompaktes Chassis auf, kann so einfach im LKW mitgenommen werden und erleichtert viele Manöver innerhalb von LKWs oder in schmalen Gängen. Vor allem seine einfache Bedienung in engen und unzugänglichen Orten zeichnet dieses Fahrzeug aus. Trotz Einsteigersegment performen die Geräte in Vergleichstests sehr gut und bestechen durch ihre umfangreiche Ausstattung sowie der präzisen Verarbeitung. Die leistungsstarke 48 Volt Lithium-Ionen-Batterie mit 20 bzw. 30 Amperestunden garantiert einen Non-Stop-Einsatz von 3 Stunden bei einer Ladezeit von nur 2,5 Stunden. Sie ist komplett wartungsfrei und besticht mit einer langen Lebensdauer. Die Lithium-Ionen-Batterie des MT15 lässt sich an jeder gewöhnlichen Steckdose aufladen und eignet sich perfekt für kurze Zwischenladungen. Das dafür notwendige Ladegerät ist eingebaut. Ein externes Ladegerät für die Mitnahme im LKW ist ebenfalls erhältlich. Für eine noch längere Batterie-Lebensdauer sorgt das Energiemanagement des Fahrzeugs, weil es die Hubfunktion bei einer 80%igen Entladung abschaltet. Eine Komplettentladung der Batterie ist somit weitgehend ausgeschlossen. Als robustes Kraftwerk...